Oh nein, ich bin hängen geblieben, Bruder! Ey! Wurzten wir auch vorher? Hey YouTube, was geht ab? Wir haben letztens Valorant gespielt mit der Crew. Es war eine ultra geisteskranke Runde. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Viel Spaß mit dem Video. Willst du deine Hausaufgaben machen? Willst du mal Hausaufgaben kontrollieren? Snow hast du deine Hausaufgaben auch gemacht? Warte, ich kann dir zeigen, dass ich Hausaufgaben gemacht habe. Ticker! Irgendeine Bruchrechnung kollabiert Rico erst mal, weil er es nicht rafft. Weil es ihn so überfordert. Ja, das stimmt gar nicht. In Mathe war ich eigentlich immer ganz gut. Erste binomische Formel. Schnauze. Hab verjahrend. Da baue ich immer ein Setup wieder auf. Hä? Hä? Digga, Raze checkt ja gar nichts. Übrigens habe ich hier auf der Hand. Sieht man's häufig. Hab ich einfach so einen braunen Fleck. Digga, das hat er am Montag und Dienstag hat er so, hat meine komplette Hand so gejuckt, digga, als hätte ich den Brennnessel gegriffen. Ey, als hätte er's gewusst, die Sau. Ah ja, bei Aron funktioniert das natürlich. Ja, safe. Ah, das halbige. Och Gott, Digga, komm schon. Okay, krass. Aron? Okay. Aron? Hetzel mal ein. Ey, ich musste zwei Leute nix rufen. Raze water off. Judge, it's judging time. Okay, ach, ey. Ich lösche mich gleich, ernsthaft, Digga. Ja. Ich meine, mir liegt ne Gun, ne? Ja, aber ich hab ne bessere. Ich darf nicht so über deine scheiß Waffe raus. Nein! Wie oft will die noch anfangen zu planen, alter? Ja! Endlich. Ne, immer noch nicht. Bike down, B. Die will ich blenden. Arstept. Ich krieg hier gleich so'n Ausraster, alter, das ist unfassbar. Oh Gott. Ja. Das ist für mich gesehen. Ja, doch, doch, genau so hat er mich auch weggemacht. Er hat mich nicht mal ganz gesehen, zack, war ich weg. Ich hab alles geschossen. Arstept wieder an. Du sollst grönen. 2. B, komm, bitte. Digga, du kleine F***, alter, ist for real. Digga, es ist so lächerlich, dieser Typ. Du kriegst, kriegst seine Rache raus. Ohne Witz. So, die haben schon geplant, ne? Ja, aber Rico braucht seine Rache. Blumst dann f*** mich so ab. Darüber reden wir auch nicht. Ja, warte. Schöpkel. Schöpkelpick. Schöpkelpick. Los. 3, 2, 1. Warte. Du. Ne, ich meinte das mit Bobo's in der Mitte. Du Loser, Digga. Ah, hol ihn hier. Buh. Einfach besser. Rechts, rechts in der Ecke. 120. Na, ich hab zwei VP. Okay, Junge. Da gab's zwar den Nächsten die Fresse. Rico nicht immer so toxisch. Kommst du gleich nochmal. Komm mit. Mach der wieder einmal was, dann geht's wieder los. Doch, 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 doch. Digga, Brimstone als verdient die du so. Ja. Weil er besser ist als... Guck, 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 guck. Was? Ne, ne Prime Vandal, auf gar keinen Fall. Ja, hab ich, aber nicht ausgerüstet. Wer käuft das? Wer käuft das? Snow, du weißt, bei uns gibt es nicht. Sonst trink ich nicht. Dann halt wer kauft. Alter. Nico. Super. Ich hab zwei und halb. Er macht, äh, macht dir auf einmal Kills? Glaub's ja nicht. 80. Primstone 80 Mitte. Das haben wir gut gemacht. Das habe ich geschaut zufassen. Uiuiuiuiiuiuiui. Dat war... Hahahaha. 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 Ha, 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 ha. Dat war'n Hammer. ich gehe von der anderen seite ok dann an einer flotlichen mittel wo ist meine waffen fragen ja ich ja nein du hast du jetzt mir gekauft möchte nicht dass du meine investitionen so weiter schön mit euch es ist nicht es ist doch er lernt auch nicht die haben ja den alle drei karte gehen jetzt wieder jetzt kommen können wir auf dem spot ich bin hängen wie vorher aber auch los 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 und ich möchte nichtmals morgen die rampe hier geht es unter wasser kommandor das ist wichtig du wirst wieder überleben mein leben weiter geht links rechts gerade ich mache hier guck mal wir haben uns ausgewollt ich habe einfach meine old auf den scheiß gesetzt ich habe mich da in die ecke ich glaube hier ist nichts ich habe mich bereit gar keine chance gegen uns ich lege euch die secret herren haben ja wir beiden mittel wo es hier die geschäftigung brauchen wir nicht mal zwei ich brauche egal ist wichtig nein war die sie noch war die sie noch war wo ist die sheriff keine halle und nehmen sie ja da liegt ja natürlich auch so ich brauchst ja nicht ich habe eine shorty ich will nicht sterben beziehung ich bin jung lol was für feier haben beide also jetzt sogar 80 die mitte der plan ist leute wir lassen die beiden bohbos durch die mitte wird so verwirrt sein dadurch dass sie einfach auf bergen und bleiben bei mir ist keine hände ja wir haben gewonnen die ist unser mitte plan easy snack leute guck nur weil wir so rambazamba gemacht haben mit der mitte die haben Angst dass wir wieder mit dir rennen